Gründet Sarah Wagenknecht bald ihre eigene Partei? Immer öfter wird darüber spekuliert. Zumindest die Wählerinnen und Wähler der AfD wären davon wohl nicht abgeneigt. Denn eine neue repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für Fokus Online zeigt, Wagenknecht könnte auf eine starke potenzielle Wählerschaft zählen. Ganz vorne mit dabei die Anhängerinnen und Anhänger der AfD. 60% von ihnen könnten sich laut der Umfrage vorstellen, ihre Stimme der potenziellen Neupartei zu geben. 19% würden demnach insgesamt darüber nachdenken, eine von der Politikerin angeführte Partei zu wählen. Auch die Hälfte der linken Wählerinnen und Wähler könnte sich vorstellen, ihr Kreuz im Falle einer Neugründung bei Sarah Wagenknecht zu setzen. Während auch die FDP-Wählerinnen und Wähler mit 26% bei dem Gedanken an eine neue Wagenknecht-Partei nicht abgeneigt scheinen, hätte die frühere Links-Fraktionsvorsitzende bei den restlichen Parteien aber wohl weniger erfolgt.